Für den erstgebenden Verein der 699 Alaika, Franziska Alexis Bresnik, Beleitete, Frau Schulz, Nathan Wassendorf, Chandor G9. Herr Kappen, Herr Schulz, bin ich in der Mitte der Debatte. Danke. 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 Das ist der nächstes Wrestling und allein gar vieler frei. 50,19 Sekunden springt wie von der Klasse MA, aufteilt in zwei Abteilungen zur Platzierung. In der ersten Abteilung gehen ein bisschen Punkte der einzelnen Reiterinnen und Reiter der Leistungsklasse. 1 bis 3 bis 850 ein bisschen Punkte. Wir bedanken uns für die Sponsorung bei Herrn Thier Reitens aus Elmshorn und meiner Familie Daniel Morgenbote aus Jürgen Kommisse für den Winterkreis. Und mit einer absolut tierfreien und vor allen Dingen schnellsten Runde 46,05 Sekunden gratulieren wir ganz herzlich unseren mexikanischen Gastreiner. Gratulation an Eduardo, Badriss, Aronio und Quincy. Herzliche Gratulation. Charles war schon überzeugend. Auf ein zweites Ereignis, 48,64 Sekunden, Glückwunsch an Hendrik, Philipp, Wenzel, Verschmock an der Heine und Colin B. Auf ein zweites Ereignis, 50,19 Sekunden, Glückwunsch an der Heine undächstes Rösslich in der 689 Reiter. Färfrei 50,19. Auf Aufwand 4 vom Gastgeber-Verein, wir gratulieren ganz herzlich Arne Schulz und Kokodat. Aufwand 5, wir konnten uns an den Rückwunsch an Martin Vorka, Hofschild, Schmackens, Bauernhof. Aufwand 6, Rückwunsch an Katja Baulow und Chiba. Aufwand 7, Rückwunsch an der russischen Gastweiterin Sarah Kim und Erke den Hayek. Aufwand 6, Rückwunsch an. Aufwand 6, Rückwunsch an. Aufwand 6, Rückwunsch an. Aufwand 6, Rückwunsch an. Und Aufwand 2, noch einmal. Hiermuş an die�Schwunsch an. Rackwunsch an die n Audi M. Freitgemeinschaft Hof, Westensee, Nesco, Federfrei, 53,41 Sekunden. Aufwand 4, Fitt Eichenbund mit Vörterberg, Verein, Christian Gleis und Kolbing. Aufwand 5, Lars Toll mit Contaro, Reifan Reha, Hamburg. Aufwand 6 mit Mr. Gunnar, Natalie Osnendorf, Freitgemeinschaft Löß. Aufwand 7, Tukumi, mit Jürgen Krüger von Gastgebernen, Verein. Herr Klaus Giermann hat alles verteilt, hat gratuliert. Die Sieger der ersten Abteilung, die Eduardo, Fakres, Arroyo und die Franzierten. So die in der zweiten Abteilung, die Sieger, die Hans Felle und die Franzierten. Meine Damen und Herren, wir wollen die Sieger und Franzierten begleiten mit unserem Applaus auf der E-Mail. A-Mail, die Sieger, die Sieger, die Sieger und die Französin betreuen. Die Sieger und Franziska Felle und der Franzosen, können Sieger und die Französin betuteln. Untertitelung des ZDF, 2020